Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Max Payne 3 hier vor dem Fussballaltar Begräbnis Städte Dingsbums Denkmal. Wir sind ja doch eigentlich gar nicht schlecht unterwegs. Wir haben Munition, wir haben rote Füsse da rechts unten, haben aber noch zwei Medizin. Das heisst wir können hier eigentlich mal getrost weitergehen und mal gucken was uns hier erwartet. Kann ja wahrscheinlich nicht wirklich was Gutes sein. Ein Keller. Ein Keller mit Lift. Okay, aufzugrufen. Wir gehen erstmal gucken. Da schleicht er. Da mag er nicht mehr rennen. Ja, sonst hat es hier nichts mehr. Ich muss mal kurz die Maus nochmal richten. Was steht denn hier schönes? Lugar de armazanamento irgendwas. Okay, wir rufen mal. Ja. 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 Oh je, oh je. Erstmal zurück. Orientieren. Oh, nee doch nicht. Schnell weg. Ja. 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 Dann springen wir hier mal freudig runter. Oh, ich wollte eigentlich den hier machen, aber der geht nicht. Warum geht der denn nicht? Jetzt geht der. Okay, den kann ich immer wieder empfehlen. Diesen Sprung. Gleich nochmal. Da ist irgendwo eine Lampe. Oh, da sind ja zwei Stück. Okay. Die habe ich nicht gesehen. Jetzt müssen wir sie haben. Okay, wir haben nicht mal allzu viel. Moment. Allzu viel Energie verloren. Energie. Leben. Oh, da kommen aber noch mehr. So viel zum Thema. Ah, mit Lampenaufsatz. Ja, deswegen hiess das Ding Lampenaufsatz. Das ist mir soweit dann doch auch klar. Komme ich hier nicht rauf? Mann, Max, alter Mann. Was machst du? So, einmal ins Gesicht rein. Oh, oh. Ja, wohin muss ich denn? Ja, wohin? Los, los. Wir laufen einfach mal. Hier waren wir noch nicht. Dann kann es auch nicht so falsch gewesen sein. Okay, ein bisschen schneller. Ah, Mist. Okay, dann müssen wir wohl runter. Man kann nicht einfach nur sagen, Lauf, Max. Man sollte auch wissen, wo man hin muss. Ich habe ja keine Karte, Max. Stimmt das hier? Hier hat es zumindest Medizin. Dann kann es nicht grundsätzlich falsch sein. Der müsste Geschichte sein. Okay. Ja, da sind natürlich noch mehr. Wäre ja auch komisch gewesen, wenn nicht. Boing. Oh, oh. Sniper. Na, mal gucken, ob das klappt. Er haut ab. Oh, ja, da oben kommen sie. Da rennt er. Ich kann noch nicht steuern. Jetzt kann ich steuern. Okay. Ja, fünfmal daneben ist natürlich auch daneben. Das sah nett aus. Oh, aber da ist er schon wieder unter Feuer. Ich kann nicht steuern. Nun lasst mich doch steuern und dem guten Mann helfen. Ich muss mal gucken wegen... Nee, geht nicht. Zumindest jetzt nicht. Ich wollte mal gucken, ob ich noch näher heranzoomen kann. Ich kann. Dann lasst uns das doch tun. Der ist aber tot. Ah, von da. Da kommt noch einer. Cool. Hier ist aber auch alles abgeschlossen. Okay, oder noch mehr? Oh. Was für ein Elend. Okay. Three more. Okay. Nummer uno. Due. Tres. Oh, da kommen noch welche. Und von unten. Ja, mach das, dass du wegkommst. Das ist immer eine gute Idee. Oh. Mann. Der hatte ja Geduld. Das muss man ihm lassen. Dafür, dass ich auf ihn geschossen habe. Das war zu gross. Ich komme rein, bevor ich noch mehr schaue. Ja. Ich bin klar, Max. Verdammt, Mann. Das war nicht lustig. Hör mir, du gehst für den Schraub. Wir müssen uns bereit sein, um die Hölle aus hier zu kommen. Ich glaube, ich werde mit dem Geld zu bleiben. Das ist ein Plan. Ich bin late für ein Plan, Mann. Gott, Mann. Max? Scheiße, jetzt haben wir noch einen Sniper hinter mir. Ich lasse mich mit diesem Mann erst mal. Alles klar, Mann. Ich gehe auch. Bleib in Kontakt. Danke. Der Ort war wie Fort Knox. Hey, Passos. Passos. Ich habe dich auf der Sicherheit. Wo bist du? Ich weiß nicht. In diesem Stadion. Jesus. Was passiert da? Ich glaube, die Leute, die uns kamen, kommen, um die Arbeit zu verlassen. Ich erzähle mich wieder, wer diese schönen Mann? Ein bisschen paramilitärer. Ich weiß nicht. Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops military, I don't know. They can handle weapons. What's going on now? Guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks of the Chete River. Jesus, they've shot at me. Well, there goes the money. Hell, we've lost the wife and three million bucks. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up, all right. Come on. We're gonna get out of this place. Take care of that guy in the IT tower. I'll meet you at the chopper. I'm gonna make a run for the light rake. I had a hole in my second favorite drinking arm, and the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. There, there in the rain. Okay, we'll get out of here. Okay, where to move on? Okay, we're gonna fly. We're gonna fuck out of here. We're gonna do you think the fire, right? Okay. There, there's a room that's going on. There's a shot where we get out of here. Okay, we're gonna do this, right? Okay, how about that light. Von oben weiß ich nicht, beziehungsweise ob von hier nochmal jemand kommt, weiß ich natürlich auch nicht. Wo ist denn... Plötzlich sieht man... Hallo? Der steht doch da, warum kriege ich den denn nicht? Backt das irgendwie? Oder müssen wir hier rein und uns den aus der Nähe holen? Das kann natürlich auch sein. Dann machen wir das mal. Oh. Da ist da auch noch einer. Oder was war das, eine Pflanze? Der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Jetzt lebt er nicht mehr. Da ist einer. Moment. Möchte ich? Ich möchte. Maschinengewehr ist fast immer besser. Irgendwie ist es... Das gibt doch nicht, dass der tatsächlich auch noch lebt. Irgendwie ist es komisch, dass ich den anderen von da unten nicht... Der lebt immer noch. Von da unten nicht erschießen konnte. Haben wir es jetzt langsam hier, Kollege? Oh. Wir sind immer noch irgendwie unter Feuer. Das Spiel... Oh, da ist einer. Moment. Äh. Das Spiel wollte nicht, dass wir ihn von da unten erledigen. Ganz einfach. Es war wohl angedacht, dass wir hier rauf gehen. Ich habe es in der Nähe von Sao Paolo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange, how the cops never showed up. But things had a habit of only making sense to me. Looking back, long after I'd run out of time to fix them. Geiles Licht hier. Das ist wohl hinter der Stadionlampe. Munition haben wir. Äh. Wo rüber springen? Ich gehe nochmal zurück. Jetzt, ich muss zugeben, ich habe nicht aufgepasst. Ich werde mir aber nochmal einen Drink genehmigen. Genau unter mir. Aha. Oh, 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 oh. Okay, so geht's auch. Haha. So. You know how to make an entrance, bro. Now let's get the hell out of here. Ach. nicht nur die beiden fünf Jahre, depending on how you looked at things. I tried not to look at things. I tried not to think about when it was that my existence became less about the things that make up people's lives and more about the holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job at it. These pricks had been annoying me for days. They were typical Jersey rich kids. The ringleader, I think his name was Tony. His dad was some well-known hood, drug dealer, racketeer, pillar of the New Jersey community. Line them up, line them up, line them up. Let me ask you a question. Let's go. Where the fuck are your donuts? This kid had a well-developed sense of humor for New Jersey. Seriously? I thought I told you to get out of here, old man. Yeah, old man! Nice echo. Your gorillas have personalities of their own or they just agree with everything you say? Very funny, old man. He's snapping it up, snapping it up. Funny. That's hilarious. Yeah, has-been washed up old cops, you go on TV. Yeah. Tell some jokes about how you got your wife killed or some shit. Yeah, where's the little old lady? Poor. Oh, 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 oh. How are you involved with killers? I own this town, amigo. That's a good line. To practice that in front of the mirror in your underwear? Your father owns this town. Yeah, dear old dad, a well-known drug dealer and murderer. You're nothing but a chump. Hey, fucking up. You ain't got them right. Hey, you don't take that from this punk, Tom. I ain't taking nothing from him. God hasn't already deprived him. But I might start! Anytime. Now, say you're sorry. Get him! Say you're sorry! You fucking has been caught, motherfucker! Say you are sorry! I'm fucking sorry, you're fucking... Look away from me! Don't you stare at me! Say you're sorry! Listen to him! Which you want first? Don't act clever, you fucking leather jacket, dipshit, cop-cut! Don't act clever! I will blow your brains all over this counter! Fuck this motherfucker! Fucking where? Come on, Tony! Come the fuck down! Hey, Marty! Marty, I'll shoot you as well! Don't fuck with me! Marty, Marty, he ain't fucking kidding! Shut the fuck up! Put the gun down, son! Who the fuck is this? Put the gun down, now! Oh! Oh! Hey, 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 hey! Thank you, thank you! Now get the fuck out of here before he won't get shot! I got you! Who the fuck are you? Don't worry about it! Go on! Fuck off! I'm coming back for you, motherfucker! I look forward to it, yeah? Stay right here! Stay right here! You don't know who you're fucking with! Yeah, whatever. Max fucking pain! How you doing, man? I'm doing about as good as I look. You don't remember me? Passos! How passos! Come on! We went to the academy together, man! You don't remember? That's going back a long way, French. I spent five years on the beat in the Bronx, working homicides. I nearly got killed, man. I gave up. I got into private work. Here, Central America, Brazil, where my family comes from, all over. Ah, that's great. Traveling, see the world. Yeah, it keeps me busy. I take care of people, you know? Proper bodyguarding. Hey, I'm working for a good firm. I'm actually here on a bit of a recruitment drive. Yeah, well, once you drive on off back into the sunset there, Pesos, it's been nice catching up. At least let me buy you a drink. Yeah, sure. Anybody buy me a drink? All right. Two more. Look, this is the way we do it in Brazil, baby. I had to admit I kind of like the guy. Hey, another round, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. Saoji. Cheers. What, I don't look like I go to Shakespeare or something? I love both. Saoji! 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 Cheers! Get in there. You faggot still got something to say to me? Yeah. Fuck off. I don't like spics who tell me to fuck off. Well, good for you. Now, fuck off. Don't stare at me, whore. Fuck you, asshole. No dick asshole. What'd you say? You heard me. I'm not frightened of you. You spray tan guido douche. Girl sure had balls. I had to give her that. Nah. I don't know why I did it. I guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead in that town. Is there another? There is another. The other one. Say. I remember. Noch mehr von denen? Tja, ich würde sagen, das machen wir morgen. Aber ich muss sagen, das hat richtig gut getan hier. Diese blöden, also, ja, ich spreche es nicht aus, aber ihr ahnt, was ich meine. Heiliges bisschen verzogene Muttersöhnchen. Ja, das denke ich auch, dass das nach einem Abschied ausgesehen hat. Wenn der Papa vom anderen das erfährt, dann hat Max ein weiteres Problem. Aber das werden wir morgen rausfinden. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss. Der Museum wie immer das letzte Wort haben. Kann das sein? Okay. Tschüss, Leute. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.